So, hey Leute, es geht weiter mit dem Marius Mesochistic Mission TAS und dieser Part hier wird in zwei Teile geschnitten sein, da ich zwei Videoaufnahmen gemacht habe des TAS und zwar bei der Hälfte des Levels habe ich eine Pause gemacht, da das Level sehr brutal war und es immer nicht geklappt hat mit dem TAS, irgendwie hat es immer gefehlt. Naja, auf jeden Fall schon mal viel Spaß, ne? Und bitte nicht auf den... Also bitte nicht darauf achten dann, dass ich dann nochmal was umstelle. Viel Spaß! So, los geht's. Dim, 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 dim. Notblock Madness. Ähm, ja, wirklich alles voller Notenblöcke. Und mancher natürlich. So, hier ein kleiner Trick, da hier eine Abkürzung quasi. So, okay. Und jetzt hier runter und 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 runter. Und dann den Sprung schaffen, jawohl. Und jetzt hier hoch, 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 ich will hoch, 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 hoch. Das ging echt schnell. Dafür, dass ich nicht mal in Double Speed oder so abspiele natürlich. Naja, naja, das wäre viel schneller dann. Das wollt ihr nicht sehen. Gut, ähm, so, so, so. So, wow, das war knapp damals. Hast du das aufgenommen? So. Und hier ist erstmal auf. Okay. So, und jetzt gehen wir hier, das kann ich euch eigentlich auch gleich mal zeigen, auf diesen Slot. Play. Ja, weiter geht's. So, wir nehmen den Koopa-Panzer mit. In der Box stand übrigens, ähm, du darfst eins der drei Items mitnehmen. Ich kann es nur eins der drei Items mitnehmen und eins davon ist richtig. Ich wähle beim ersten Mal klug, denn sonst musst du alles nochmal machen. Und darauf hatten wir natürlich keine Lust, ne. Und ich hab zufälligerweise von Anfang an das richtige Item genommen. Keine Ahnung warum. Na, ich hab da ein bisschen Logik gehabt. So. Wow. So. Wow. Okay. Da geht es auf. Und dafür war das Item da, aber nicht nur dafür, sondern auch für das, was hier gleich kommt. So, jetzt hier erstmal hoch. Es ist zum Glück kein Shell Jump hier nötig gewesen, weil ich hasse Shell Jump. So. Dann da drauf und dafür war es noch nötig. Deswegen hab ich es mir auch nochmal geholt. Das was Leute. Ciao. Ja, bis zum nächsten Tag, ne. Ciao.